Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Tom Clancy's The Division 2, meine Lieben. Wir haben jetzt gerade kurz angefangen, die Hauptmission, ja, aber nur die ersten drei, zwei Mobs hier gekillt und ja, mal schauen, wie wir uns anstellen. Hier ist noch eine kleine, lustige Eisenbahn im Oldschool-Style vor uns und wir starten, es geht los. Versuch nur wegzulaufen! Wer läuft hier weg? Ich lauf rein. Oh, also die AK hat am Anfang ein sehr großes Zielfeld. Wie schmeckt dir das, Agent, huh? Wie schmeckt dir das, kann ich auch fragen. So, wir arbeiten uns hier langsam vor. Oh mein Gott, die haben hier ein bisschen Munition gebunkert. Los geht's. Munition der True Suns entdeckt. Ach, scheiße. Das ist aber ungünstig hier noch bei meiner Nase. Oh nein, hier trifft's mich, hier trifft's mich. Leck los! Jetzt zieh die Granaten ein, plattern. In jedem Fall ein Riesenproblem, ich steh hier nicht gut. Greife, zieh! Nichts. Nichts. Am Ende. Ich bin in jedem Fall ein Riesenproblem. Ich bin in jedem Fall ein Riesenproblem. Ich bin in jedem Fall ein Riesenproblem. Oh, dass ich noch ein Riesenproblem hat. Du musst aufpassen, dieses Geschütz hier will ballern. Wir müssen herausfinden, was Sie hier tun. Suchen Sie nach den entsprechenden Informationen. Wow, yeah! Anscheinend nehmen Sie hier alles, was Sie finden können, und recyceln das. Das ist ziemlich clever. Das muss man Ihnen lassen. Hm. Die Menschen sind ja auch sehr einfallsreich. Gerade wenn es ums Überleben geht, Freunde. So. Nichtsdestotrotz werden wir für das Gute einstehen. Und hier aufräumen. Wir könnten auch hier hoch. Ich will aber mal kurz die Lage checken, ob es hier vielleicht noch ein bisschen Loot gibt. Aber sieht nicht so aus. Markieren Sie alles Nützliche und ich schicke dann ein Bergungsteam. Und was zu gefährlich ist, wird in die Luft gejagt. Wir brauchen Patrouillen, die nach Gegnern suchen. Okay. Alter. jetzt haben wir ihn gleich die nächste granate alter ich hab mich trotzdem noch erwischt ok knackig 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 hier knackig 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 oh nein genau in dem moment sieht echt kopf runter jetzt jetzt hab ich dich baby auch erledigt leck mich doch am arsch du bist tot nein du ich war es ein von der seite headshot ok da hinten also ich dachte das wäre was klar machen wir das spiel macht einfach spaß das spiel ist echt gut so puttmacher verstärkung der trussans trifft ein und warum wir müssen den nächsten raum sichern boah der stirbt da nicht zu vergessen dass du dich heilst klar bin dabei die mission ist knackig hier also ähm hier ist erstmal munition wichtig so weiter geht's im geschäft schluss schluss abkürzung durchs planetarium wir müssen die kampfmittel sichern nice alter jetzt versuch nur wegzulaufen wer läuft denn hier weg fraulein da oben sniper kann ich auch komm gib mir deine visage aber die kann nicht so weit werfen aber die kann nicht so weit werfen warte warte mach nur weiter fuck ich muss nachlaufen splittergranate ich mach den typen fertig ich mach den typen fertig oh dieses sniper zu mich an oh daneben oh nein oh nein 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 das ist so dicht ne ich will sich die waffe wechseln ist wieder ein sniper um ist der tod dein ernst dann jetzt allein so jetzt aber so weit kommst du nicht oder doch uhuhu nicht schlecht ich will auf jeden Fall einen starken wurf arm boah das ist echt geil das ist saukool ne ich bin schon ein bisschen begeistert von dem spiel hier ist geladen aber cool wie die jetzt sogar diesen bericht ablaufen lassen von dem planetarium aber auch nur ganz leise nicht störend das ist echt cool gefällt mir uhuhu okay oh geil die flugzeuge hier die flugzeuge ist denn der da rechts auch da dich hole ich gleich freundchen also diese ak hier ist ganz schön cool die gefällt mir oh der wird ihn grad heilen so oh man ich will auch eigentlich voll gerne die sniper spezialisierung nach erwähnen bei level 30 weil ich nicht weiß ob man es wirklich braucht da muss ich mal gucken ob man dann wirklich alles one shotten kann sonst wird das halt knackig irgendwo ein bisschen im hintergrund in der gruppe aufhalten geil der mars saukk das ist das ist das ist ist um cool wenn man auf die schieße so eine entdeckung gehen so geil wenn die die granate werfen wollen und man auf sie schießt lassen sie die fallen ich liebe das aber auf dieser distanz ist die ak gerade so keine aber dann oh nein weil er mich getroffen hat um links gezogen okay wieder hast geschafft ja die mission ist geil die gefällt mir richtig gut das haben die schon echt geil gemacht hier wahnsinn ist soweit oder zuckt er in dem moment aber snipen ist schon ganz schön cool es macht schon spaß ich nehme gerne schneider in lauf zu schneiden mechanische komponenten entdeckt agent lassen sie isaac diese teile scannen jo scannen mal raketen teile scannen wollen die hier den großen vaterländischen krieg anfangen oder was ist hier passiert ok 0 von 3 wahrscheinlich sind die unten ok da ist auf jeden fall was einmal zweimal da ist das dritte ich schicke ein bergungsteam nehmen sie kontakt auf und das war's dann keine riesigen komponenten identifiziert verwendungszweck raketen haben ein leitsystem um das weiße haus oder eine siedlung zu treffen es sollte eigentlich klar sein wenn die raketen herumliegen sehen stellen sie sicher dass sie nicht nicht aufhalten hier komme ich nicht weg jemand wurde getötet ach quatsch was denn darauf stürf stürf du ok weiter geht's wow ein bisschen ist cool 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 gefällt mir datenbank treff verweist auf bezeichnung nmr 90 das ist dann wohl die rakete ok neutralisieren sie das verdammte ding mit allen mitteln verdammt das werkungsteam ist gerade auf diese verstärkung getroffen sie brauchen unterstützung ja gut dann wollen wir denen mal helfen unsere hier ne ja gut ja gut ist gut da von der seite es kann warum lebst du noch jetzt reicht es mir aber sollte mal laden der hat ein bisschen mehr oh nein ich brenne ich brenne jetzt schießen sie auch auf die fässer schon das finde ich intelligent und gut scheiße ich hab nichts mehr so wichtig dass er jetzt drauf geht ich muss mich erst mal verpissen vor sich verschleift sich jemand an wir müssen hier weg Die Kakerlaken kommen immer wieder! Uh! Uh! Okay, jetzt war ich mal kurz ein bisschen ruhiger. Ich muss mich echt konzentrieren. Das war eine verdammt knappe Nummer hier. Alter! Sie möchte sie persönlich treffen und sich für ihre Hilfe bedanken. Agent fordert Verstärkung an. Agent, Sie sind bereit für eine neue Fertigkeit. Kommen Sie zur Basis und wir gehen das an. Aber klaro! Neues Level! Bam, bam, bam! Oh, ich brenne! Ich brenne! Okay, wir gucken mal noch ganz kurz ab hier, was cooles rumliegt. Und ja, dann sind wir auch schon wieder fast durch. Mit diesem Part. Ah, die Mission hat das wirklich in sich, Alter! Scheiße, ey! Also, ich habe gerade ein bisschen geschwitzt, ne? Hatte kein Heal mehr ab. Solange man noch sein Heal hat, geht eigentlich alles easy von der Hand, ne? Wo ich auch noch am überlegen bin, ob das Geschütz nicht sogar stärker ist als diese Heal-Drohne. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Okay, erstmal kurz durchatmen, ja. Wir haben es auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Einschalten. Kommt auf jeden Fall wieder auf meinen Kanal. Kommt auch ganz gerne. Seid natürlich herzlich willkommen, wollte ich sagen, in meinem Livestream auf Twitch. Und auf meinem Discord auch. Die ganzen Links befinden sich unten einfach in der Videobeschreibung. Stream tue ich mittwochs und sonntags. Ich habe hier auch einen kleinen Clan aufgemacht. Der Name ist Screamies. Und wenn ihr da reinkommen wollt, könnt ihr das auch gerne tun. Noch ist das Ganze offen. Wir sehen uns, haut rein, meine Lieben. Bis dann, euer Fiskream. Bye, bye.